Hier unten rechts an dem runden Ding schneller drehen. Ja, es geht um die Wahlen. Mein persönlicher Glaube ist, dass wir alle Probleme nur lösen können, indem wir jetzt noch einmal eine neue große Volkspartei etablieren, dann das demokratische System abändern in gütlichen Koalitionen mit den existierenden Parteien, denn eine Alleinregierung wird wohl kaum möglich sein und das geht nur über diese neue Volkspartei und vier Kandidaten stehen ja an, die Basis, wir 2020 in zwei Varianten, DE und VU und die Föderalen. Und ich kann die gute Nachricht beginnen, also wir haben ja vorgeschlagen, dass jetzt eine Tour durch die Sende, also keine Corona-Info-Tour stattfinden sollte, sondern jetzt sofort beginnen, begonnen werden sollte mit der Tour durch die Sender und die wird Anfang nächster Woche wird die erste Sendung erscheinen, mit einem Mitglied einer dieser vier Parteien, mehr verrate ich jetzt noch nicht, und zwei der externen Reformer sozusagen und ja, und das wird moderiert werden von einem Sender, der auch schon insgesamt hunderttausende Klicks auf sich vereinen konnte und vielleicht kommt dann ein zweiter, ganz relativ großer Sender, hat auch schon Interesse bekundet, dieses Tour durch die Sender weiter fortzuführen, vielleicht kommt diese Sendung sogar vor der anderen, wir werden es abwarten. Und jetzt, ja, es geht ja darum, hier in diesen Bundestag, Reichstag oder wie auch immer hier oder hier ins Parlament reinzukommen, hier ins Parlament reinzukommen und zwar über Wahlen, also sozusagen über Wahlen, um dann das Demokratiesystem endlich zu demokratisieren, denn es war noch nie demokratisch. Wir leben ja jetzt in einer ziemlichen Pseudodemokratie und das müssen wir ja dann ändern, aber leider erlaubt es uns nur diesen Weg über, sozusagen, wir müssen diese pseudodemokratischen Strukturen eben nutzen, um jetzt nochmal eine Partei zu platzieren und das kann gelingen, weil die nextscientistsforfuture.de-Konzepte natürlich ein Potenzial von 56 Prozent haben und mit circa 26 Prozent dürften wir schon den Kanzler stellen können oder zumindest schon mal eine, also bei einer Koalition mitregieren, ja, und das wäre ja schon mal die halbe Miete, ne. Und jetzt das heutige Thema ist, dass dann der dabei natürlich Folgendes passiert. Hier erstmal nochmal die Begrüßung hier, die wissenschaftliche Tagesschau begrüßt sie und die wissenschaftlichen Tagesthemen sind ja eben, dass eben gestern und vorgestern ging es darum, dass die Linke wohl bei 4,8 Prozent landen wird und die FDP auch bei 4,8 Prozent im Nichts landen wird und möglicherweise auch die SPD bei 4,9 oder 4,8 landen wird mit Kevin Kühnert und denn die Prozentzahlen, ganz kurz nur der Blick da drauf, die Prozentzahlen sind eben so, dass wenn die neue Volkspartei 44 Prozent kriegt, nimmt sie 18 Prozent von der SPD weg und so viel hat die SPD gar nicht, aber nehmen wir mal an, wir kriegen nur 22 Prozent, dann nehmen wir nur 9 Prozent weg, dann wäre die SPD noch bei 7 Prozent und wenn wir dann, wenn die neue Volkspartei bei 26 Prozent ist, dann ist die SPD unter der 5-Prozent-Hürde und dann ist sie weg. Dann ist es das Ende der SPD, der Linken und der FDP. Übrig bleiben die neue große Volkspartei, die Grünen und die CDU und eventuell gerät auch die AfD unter die 5-Prozent-Klausel. Das kommen wir ja morgen dazu oder nee, also erstmal müssen wir ja dann nochmal über die CDU und die Grünen sprechen, was sich dann verändert, aber und warum die Wähler sich für die neue Volkspartei statt der CDU der Grünen entscheiden sollten und die letzten kommen dann zuletzt, nämlich die AfD. Ja und jetzt also zu den politischen Problemen sozusagen, ja und weil eben die SPD geht kaputt, weil eben jetzt die neue Volkspartei kommt und so prominente Namen eventuell damit verbunden werden wie Bhakti Köhnlein und so weiter, die ja, das sind ja alles Personen, die sich schon einer dieser vier Parteien irgendwie, ja in irgendeiner Weise damit assoziiert haben, ganz lose oder verbunden oder Mitglieds oder wie auch immer. Und die kommen jetzt als, und am Ende wird das hoffentlich auf eine einzige große neue Volkspartei hinauslaufen. Und jetzt schauen wir mal, also was ist mit der SPD los? Ja, was ist mit unserer SPD los? Kevin Kühnert, Worte, Stichworte, Enteignung, Mietbegrenzung und dann auf der anderen Seite Gewerkschaften und Tariflöhne. Und da ist es eben so, dass die SPD leider sehr voll ist von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten. Also die SPD hat sozusagen nicht mehr genug Arbeiter in ihren Mitgliedsreihen offensichtlich, sondern auch sehr viele Sozialspartler. Und Sozialspartler sind Menschen, die also in der Verwaltung des Elends ihr Geld verdienen. Und Karriere machen in einer ständig wachsenden Vergrößerung von Bürokratien, die in der Verwaltung des Elends, Massenarbeitslosigkeit, Massenobdachlosigkeit und, und, und. Also unklares Umgehen mit Migration, mit Parallelgesellschaften, mit Asylgesetzgebung und so weiter. Und das eben, weil das, das sind alles Kunden, alle diese Klientelen dieser Parallelgesellschaften, sei es arbeitslose, obdachlose, Migranten, Parallelgesellschaften, Asylanten und so weiter. Das sind alles Kunden der Sozialspartler, der verschiedenen Sozialsparten und Teilsparten der Sozialsparten. Und daher ist es so, dass da sich in der Evolution Irrtümer angehäuft haben, ja, vorteilbringende Irrtümer angehäuft haben, die letztendlich darauf hinauslaufen, so nach dem Motto, man irrt sich und der Irrtum führt zufälligerweise, ohne böse Absicht, unbewusst, nicht bewusst, genau dazu, dass man besser Karriere machen kann und besser sozusagen mehr verdient, indem man letztendlich den Leuten nicht hilft, sondern die Parallelgesellschaften noch vergrößert, also die Arbeitslosenheere vergrößert, die Obdachlosenarmeen vergrößert, die Migrantenparallelgesellschaften vergrößert und die Asylantenparallelgesellschaften vergrößert sozusagen. Und das ist halt keine echte linke Politik und keine soziale Politik, das ist eigentlich eine höchst unsoziale Politik, denn unter diesen ganzen Parallelgesellschaften, Massenarbeitslosigkeit, Massenobdachlosigkeit, Parallelgesellschaften, Migranten und Asylanten leidet die ganze Gesellschaft darunter. Das ist keine soziale Politik. Man muss Menschen helfen mit Asylanlagen im Nachbargebiet des Landes und so weiter, habe ich alles schon tausendmal geschildert. Also Deutschland muss mehr helfen als jedes andere Land der Erde wegen der besonderen historischen Schuld, aber es soll nicht sein eigenes Land in unsozialer Weise kaputt machen, nur damit die Sozialspartler besser Karriere machen können. Aber genau in diesem Trip ist die SPD und ist deswegen für so Dinge wie Mindestlohn. Der letzte Vernünftige war sozusagen Bundeskanzler Schröder, der eine echt soziale Politik gemacht hat, der nämlich gesagt hat, okay, die Zange, mit der man Leute in der Massenarbeitslosigkeit festhält, besteht aus zwei Zangenköpfen. Der eine Zangenköpf heißt, wir helfen den Arbeitslosen nicht, das macht das Arbeitslandamt in perfekter Form. Es hilft quasi den Leuten gar nicht, sondern überlässt die Arbeitslosen allein ihrem Schicksal. Die sollen sich damit beschäftigen, Formulare auszufüllen und ein bisschen schwarz werden und ansonsten hilft man ihnen nicht. Das werden wir ändern durch die Reformen, durch unsere Arbeitsamtreform. Und die zweite Sache ist so, man verwöhnt die Arbeitslosen so gut man kann, man verwöhnt die Obdachlosen, die Arbeitslosen, alle verwöhnt man so, dass sie möglichst in dem Status des hilfsbedürftigen Sozialfalles bleiben und verbleiben und dafür sind andere vorteilbringende Irrtümer zuständig. Wie, ach ja, die Leute verhungern wir uns ja nicht, uns ja, wenn wir nicht genügend geben und dann werden die Leute so verwöhnt, dass sie eben sagen, ja hoppla, jetzt lohnt es sich ja gar nicht mehr, sich überhaupt noch um Arbeit zu kümmern. Wenn man so verwöhnt wird von allen Seiten, dann bleiben wir doch lieber arbeitslos und so weiter. Und diese, das wollen wir natürlich auch alles ändern. Also die Sozialspartler müssen also neue positive Anreize bekommen, sodass sie sozusagen auf Null-Arbeitslosigkeit hinwirken. Und dazu gehört aber auch die SPD-Politik sozusagen. Geh mal bei der SPD-Politik, warum ist es nicht schade, wenn die dann stirbt? Welche Grundfehler hat sie sozusagen, Kevin Kühnert, ja, also sozusagen der Mietendeckel sozusagen. Was ist das für ein Grundfehler? Richtig ist daran, dass es immer wichtig ist, in einem guten Staat vorsichtig und behutsam auch planwirtschaftliche Elemente, staatliche Elemente einzubauen. Aber bitte an der richtigen Stelle und nicht an der falschen Stelle. Der Mietendeckel greift genau an der falschen Stelle an, der demotiviert Bauunternehmer und Investoren in Wohnungen zu investieren. Das ist das falsche Signal. Die Planwirtschaft muss so ansetzen, dass der sozusagen jeder Bauunternehmer dann am meisten verdient und jeder Investor am meisten verdient, wenn das Wohlfühlen der Bewohner, der zukünftigen Bewohner und der zukünftigen Mieter der Bausubstanz und die Gesundheit und die Langlebigkeit dieser Mieter maximiert wird, optimiert wird. Denn, was weiß ich, eine mit Asbest gebaute Wohnung und mit anderen Schadstoffen gebaute Wohnung wird eher zum kränklichen Mietern führen. Und das muss gemessen werden und dann muss das rückgekoppelt werden und dann müssen die Verdienstzuschüsse und andere positive Anreizsetzungen, sozusagen positiven Anreize, gekoppelt werden an das Wohlbefinden der Mieter in den Neubauten. Und dann kriegen wir eine florierende Bauwirtschaft. Außerdem muss es einen Markt zwischen Untergruppen, zwischen Unterabteilungen der Wohnungsämter geben, die für den Vermieter einen marktgerechten Mietzins garantieren, auch wenn der Hauptmieter des Ganzen immer dann eine dieser Wohnungsamteile ist. Wenn dann also vier oder fünf Wohnungsämter zum Beispiel in Berlin miteinander konkurrieren um den Wohnraum, dann werden sich marktgerechte Mieten herstellen und dann vermieten die Wohnungsämter quasi die Wohnungen weiter an die Bevölkerung und haben dadurch immer im Griff, wo sind Wohnungen, wo sind Hotelzimmer, wo sind Einzelzimmer frei, wo kann man also das Recht auf sofortiges Wohnen jederzeit sofort realisieren, sodass wir dann auch die Nullobdachlosigkeit erreichen. Aber jetzt Mieten zu deckeln, das bedeutet ja, dass dann also die Vermieter gehalten werden, den Anreiz bekommen, den Fehlanreiz bekommen, Wohnungen vergammeln zu lassen, nichts mehr zu investieren in Wohnungen und den Wohnraum verwahrlosen zu lassen und bloß keinen neuen Wohnraum mehr zu schaffen. Und das sind eben die falschen planwirtschaftlichen Signale. Und deswegen ist es gut, wenn dann die SPD auch verschwindet sozusagen unter die Fünf-Prozent-Hürde. Und dann haben wir die, was haben wir dann noch? Wir haben die Enteignung. Auch die Enteignung ist ein falsches Konzept, ein falsches planwirtschaftliches Konzept. Ich bin sehr für planwirtschaftliche Konzepte wie Wohlfühlstimmen, Sicherheitsstimmen und ähnliche Dinge, staatliche planwirtschaftliche Teilelemente. Aber wenn man die Wohnungen enteignet, dann nimmt man sie ja in Staatshand. Und der Staat ist sicherlich ein noch schlechterer Manager als die private Wirtschaft bei den Wohnungen sozusagen. Und damit werden dann die Wohnsubstanz verwahrlosen und runterkommen. Und es wird auch kein neuer Wohnraum mehr gebaut, wenn man dann von Enteignung bedroht ist. Und dann macht man halt als Unternehmer was anderes und investiert woanders. Und damit verkommt der Wohnraum sozusagen innerhalb weniger Jahrzehnte, kommt der Wohnraum völlig runter. Und mir würde es reichen, wenn wir das planwirtschaftliche Element so machen, dass eben jeder, der Vermieter ist, sozusagen am meisten verdient und auch dann entsprechend, ja, das kann man ja mit der Miete verbinden, dass dann auch er nochmal Verdienstzuschüsse kriegt. Und je besser es den Mietern seines Mietshauses geht, ja. Und das muss gemessen werden. Und dadurch kriegen wir ein planwirtschaftliches Element rein. Denn dadurch zum Beispiel diese Leute, die also privatwirtschaftlich Häuser verkommen lassen, um sie dann abreißen zu können und Neubauten zu machen, die würden dann ja unheimlich, wirtschaftlich unheimlich bestraft, indem sie durch die schlechten Wohlfühlstimmen der Mieter, wenn sie also versuchen, also als Hausbesitzer dann in Zukunft Mieter zu entmieten, dann kriegen sie ja letztendlich schlechte Daten, ja. Und aufgrund der schlechten Daten geht dann ihr Wohnbaufirma dann pleite, sozusagen. Sodass dann also es nicht mehr zu solchen Entmietungsgeschichten und anderem Theater des Verwahrlosenlassens von Häusern kommt es dann nicht mehr, weil das dann für die Vermieter kein lukratives Geschäftsmodell mehr ist. Und da ist dann die Planwirtschaft also an der richtigen Stelle angesetzt. Das können aber nur die nextscientistsforfuture.de, also die unterstützen die neue große kommende Volkspartei, egal welche, wie die dann auch immer heißen wird. Und ja, also das ist wieder ein Grund, warum es gut ist, wenn die SPD unter die 5-Prozent-Hürde kommt und damit ihre Stimmen auch verloren sind, sozusagen, auf Dauer verloren sind. Und dann haben wir noch den Mindestlohn und den Tariflohn. Also Schröder hatte ja damals sozusagen die Verwöhnungsseite reduziert und hat dadurch Millionen Menschen wieder in Arbeit gebracht, sozusagen. Und das ist echt soziale Politik, ja. Und die SPD neigt aber wohl im Moment mehr zu Mindestlöhnen und Gewerkschaften und Tariflöhnen. Und jetzt erkläre ich noch mal ganz kurz, warum das schädlich ist. Ja, es ist eigentlich ganz einfach, ja. Ich versuche mal, ob ich bei den Schaubildern irgendwas Nützliches dafür finde. Moment. Ja, also zu den vorteilbringenden Irrtümern gehören übrigens der Sozialspartler, die auch bei der SPD weit verbreitet sind, gehört auch der fatale Irrtum, der riesige Irrtum, dass alle Menschen Genies seien, alle Menschen gleich seien, dass zwar die Körpergröße schwankt zwischen 2,35 Meter und 1,30 Meter oder so bei Erwachsenen, und aber die Gehirngröße ist natürlich bei allen gleich und so weiter. Also quasi, sie widersprechen, also diese Irrtümer, diese vorteilbringenden Irrtümer der Sozialspartler wurden von den Naturwissenschaften tausendfach vollständig widerlegt. Aber dieser Aberglaube existiert weiterhin, dieser Irrglaube. Alle seien Genies und deswegen ist dann ja auch völlig egal, ob man überhaupt Bevölkerungspolitik macht, was man für eine macht und so weiter. Ist ja völlig egal, denn wenn alle ja gleich Genies sind, dann ist es ja auch völlig egal, wer in Deutschland lebt, denn das sind ja dann alles Genies. Und ja, und dann hier sieht man nochmal ein paar planwirtschaftliche Steuerelemente, Wohlfühlstimme, Gesundheitsaufwärtserwartungskurve, können Sie sich in Ruhe durchlesen, und das sind alles Sicherheitsstimme und so weiter. Das sind mögliche planwirtschaftliche Steuerungselemente, die wirklich sinnvoll sind, im Gegensatz zu dem, was die SPD so an vorsintflutlichen oder aus der Geschichte aus Sowjetunion, das sind ja eigentlich planwirtschaftliche Elemente der SPD aus der DDR und aus Sowjetunion, und das ist unbrauchbar. So, dann haben wir hier, ja, leider, Herr Greta hat sich nicht als kooperationsfähig erwiesen. Das ist eine bedeutungslose Bewegung geworden. Die haben jetzt nochmal Fernsehauftritte gehabt, aber das war es dann wohl auch endgültig für das Thema. Und ja, jetzt haben wir hier also Betriebe, also nehmen wir doch mal dieses Bild so insofern, wir haben hier jetzt lauter Betriebe, und da müssen jetzt die Unternehmer Mindestlohn zahlen oder Tariflohn. Also entweder 12 Euro Mindestlohn oder 15 Euro Tariflohn, sagen wir jetzt mal als Beispiel. Jetzt geht dieser Unternehmer hierhin und bezahlt das tatsächlich und stellt irgendwelche Leute ein, die eigentlich gar nicht qualifiziert genug sind, um diese 15 bis 12 Euro die Stunde zu bringen, stellt sie trotzdem ein. Der hat dann jetzt plötzlich zu hohe Lohnkosten, weil die Leute nicht produktiv genug sind. Seine Produkte werden teurer, seine Produkte werden beim Kunden nicht mehr gekauft, die Firma geht pleite, alle sind arbeitslos. Der kluge Unternehmer hier, zum Beispiel hier, der sagt, ich würde Sie ja gern einstellen für 8 Euro die Stunde, so viel können Sie im Moment offensichtlich an Leistung bringen, oder Sie gehen aufs Rentenalter zu, ich würde Sie gerne behalten, Sie wollen auch bleiben, aber ich kann Ihnen nur 8 Euro zahlen, darf ich aber nicht, ich muss Ihnen 15 Euro Tariflohn zahlen. Geht nicht, weil dann meine Firma unter Nebenpleite gehen würde und dann alle arbeitslos würden. Das kann ich nicht verantworten, also kann ich Sie nicht einstellen, also muss ich Sie der Massenarbeitslosigkeit überlassen und dem Heer der Dauerarbeitslosen überlassen, das verwaltet wird von den Sozialspartlern. Tut mir zwar sehr leid, aber muss ich dann tun. Oder ich muss Sie vorzeitig, ich muss Sie eben in Rente schicken, obwohl Sie gar nicht wollen, denn nur so werde ich Sie los und denn Sie werden mir zu teuer, weil Sie werden langsamer, Ihre Arbeitsleistung sinkt und das kann ich mir nicht leisten als Unternehmer. Das ist eine rationale Entscheidung der Unternehmer, vollkommen in Ordnung. Aber der Tariflohn und der Mindestlohn erweist sich als Ausgrenzer und Erzeuger von Massenarbeitslosigkeit und damit als hoch unsoziale Politik hat also nichts mit linker oder sozialer Politik zu tun. Das ist höchst unsoziale Politik, denn sozial ist, was Arbeit schafft und nicht, was Arbeit zerstört. Und Mindestlohn und Tariflohn sind Arbeitsplatzzerstörer und deswegen sagen wir, die müssen weg. Die Gewerkschaften müssen, natürlich müssen alle Leute untergebracht werden, aber die müssen alle wieder in der Wirtschaft untergebracht werden. Diese ganzen Gewerkschaftsbürokratien werden wir dringend empfehlen, sofort aufzulösen. Die sind nur ein volkswirtschaftlicher Gesamtschaden und erzeugen Massenarbeitslosigkeit und fördern Massenarbeitslosigkeit. Und dann werden lauter Geschäftsmodelle entstehen, wo die Leute, die nichts können, eben dann wenigstens für zwei Euro die Stunde oder 50 Cent die Stunde arbeiten können. Und der Staat garantiert den Mindestlohn, das Mindesteinkommen, nicht den Mindestlohn, sondern das Mindesteinkommen und stockt also diese Leute auf und füllt also deren Portemonnaie auf, sodass die alles haben, was man zum Leben braucht, aber keine Verwöhnung haben, weder eine Verwöhnung haben, noch zu wenig haben, sondern genau richtig und alles haben und dann aber auch motiviert sind, ihr Heil darin zu suchen, die Angebote des neuen Arbeitsamts anzunehmen, die sagen, wir verschaffen Ihnen einen Arbeitsplatz, ganz egal wie. Und das sind ja die neuen Anreize dann des Arbeitsamtes. Ja, und das heißt, dadurch halten wir dann, und auch natürlich durch unsere anderen politischen Aspekte, halten wir das auf, was angeblich seit 0,04 Millionen Jahren, also seit 40.000 Jahren läuft, nämlich die Intelligenzdegeneration der Menschheit, Gehirnschwund in den letzten 40.000 Jahren um 150 Milliliter und die weitergehende Degeneration. Also hier wurde noch unser Gehirn größer und größer und größer und dann wurde es hier schon langsamer und dann kippte der Punkt hier vor 40.000 Jahren und dann sind wir jetzt im Degenerationprozess und das müssen wir natürlich politisch aufhalten, diesen Selbstzerstörungsprozess Europas und Deutschlands. Wir erleiden gerade das Schicksal des Untergangs des Römischen Reiches, da sind wir schon mittendrin, das können wir aber noch aufhalten, wenn wir jetzt mal Gas geben bei den Wahlen. Ja, wir untersuchen die letzten 13,8 Millionen Jahre. Wir machen uns, wir, die Next Scientists for Future, empfehlen keinen Krieg anzuzetteln gegen die Milliardärskönige, die Politikkönige und Journalistenkönige, sondern mit ihnen als Freunden gemeinsam für eine bessere Zukunft des Landes zu sorgen, denn auch die leiden alle sehr, manchmal ohne sich bewusst zu sein, erleiden also alle mindestens einen riesigen Gesundheits- und Glücksverlust durch unser krankes Land. Das trifft uns alle und davon müssen wir die auch überzeugen. Und hier ist es das mit den Vorteilbringenden Irrtümern. Es ist halt bei den Sozialsparten so, derjenige, der wirklich der Gesellschaft dient, der hat keinen großen Erfolg und der, der sich irrt und eben diese vorteilbringenden Irrtümer im Kopf hat, also den Arbeitslosen weder hilft, sondern sie dann nur mit, der hilft ihnen nicht zur Arbeit und schüttet sie eher mit Verwöhnungen zu, aufgrund seiner vorteilbringenden Irrtümer. Und dadurch macht der Riesenkarriere und dadurch sind dann unsere Behörden nach einigen Jahrzehnten also alle durchsetzt mit Trägern von vorteilbringenden Irrtümern, die den Arbeitslosen nicht helfen, sondern sich stattdessen verwöhnen und deswegen Dauerkundschaft für das Arbeitsamt erhalten. Und das ohne böse Absicht, ohne böse Pläne. Schwarze Schafe gibt es immer mal einzelne, ja, sozusagen, sozusagen, es gibt immer mal einzelne schwarze Schafe, die auch so da kriminelle Geschäfte machen im Rahmen des Arbeitsamtes, aber die Masse ist einfach nur im Irrtum und betreut quasi die Arbeitslosen genau so, dass ein Maximum an bleibender Arbeitslosigkeit garantiert ist, sozusagen, ohne sich darüber jemals bewusste Pläne gemacht zu haben, sondern das geschieht automatisch aufgrund von stillen, leisen Evolutionsprozessen. Ja, damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also unsere Rettung für unser Land, es liegt ausschließlich daran, dass die neue Volkspartei kommt, dass sie von unserem Potenzial von 56 Prozent der Wählerstimmen möglichst viele kriegt. Dadurch also wir ein Drei-Parteien-Parlament bekommen, CDU, Grüne und neue Volkspartei und dann alles andere weg ist, idealerweise auch die AfD da noch unter der Fünf-Prozent-Klausel ist und dann, ja, dann haben wir ein, sozusagen, haben wir einen neuen Bundestag und dann wird es eine neue, gute Regierung geben, sei es in Koalition, denn wir können auch die CDU oder die Grünen überzeugen, dass alles, was die Next Scientists for Future machen, vernünftig, bodenständig, realistisch, vernünftig ist. Die bodenständige, naturwissenschaftliche, echte Linke im Gegensatz zu der Partei Die Linke und der SPD, die so infiziert waren von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten, dass sie eigentlich nur noch unsoziale Politik gemacht haben und auch sozusagen den letzten sozialen Kanzler, nämlich den Kanzler Schröder, echt sozialen Kanzler sozusagen mittlerweile als unsozial ansehen, weil sie eben so in ihren Kopfen voll sind von den vorteilbringenden Irrtümern, also von den parasitären Memen oder den Killerviren des Geistes der Sozialsparten, die nur einem dienen, den Sozialsparten auf Kosten der Restgesellschaft und das ist höchst unsoziale Politik, hat nichts mit Links und Sozial zu tun, sondern ist zutiefst unsozial und eben weil die Linke und die SPD zutiefst unsoziale Parteien geworden sind durch zu viele Mitglieder aus den Reihen der Sozialspartler, wodurch dann diese Killerviren des Geistes eingedrungen sind in die Parteien sozusagen, dadurch, also wir würden darauf achten, dass die Parteien oder die Volkspartei, die wir betreuen und beraten, wir beraten ja bis jetzt nur eine der vier Parteien und begleiten nur eine dieser vier Parteien als externe Reformer, da ist es so, dass wir darauf achten würden und sagen immer, ihr müsst immer aufpassen, nicht nur die vorteilbringenden Irrtümer der Pharma, Virologie, Impftest und Maskensparten sind brandgefährlich, was wir jetzt ja bei Corona gesehen haben und bei der Schweinegrippe gesehen haben, sondern auch die Sozialsparten sind extrem gefährlich, die sind vielleicht sogar noch gefährlicher als jetzt diese Pharmamedizinsparten, sondern die noch gefährlichere Sparte sind die Sozialsparten mit ihrer höchst unsozialen Tendenz, so nach dem Motto, es muss möglichst viele Sozialnotleidende geben, damit die Sozialsparten immer größer werden und immer mehr Karrieren gemacht werden können. Also Vorsicht, das ist vielleicht die gefährlichste Sparte der Gesellschaft, Gesamtsparte der Gesellschaft, das Soziale, weswegen das extreme Schäden angerichtet hat. Müssen wir alles korrigieren. Wir müssen dafür sorgen, null Arbeitslosigkeit, null Obdachlosigkeit, fast null Kriminalität, fast null Krankheit, alles möglich, aber nur durch richtige Politik und das macht dann die neue Volkspartei. So, dann war es das eigentlich jetzt schon für diese wissenschaftliche Tagesschau heute und man wird sehen, wer dann am Ende auch als Kanzlerkandidat auftritt und so weiter. Das wäre ja schön, wenn man da wirklich im Internet schon mal Kanzlerkandidat so und so vorstellen könnte, Kanzlerkandidatin. Ja, das war es mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute. Morgen geht es um CDU oder die Grünen und dann irgendwann um die AfD und tschüssi, bis bald, würde ich sagen. Kanzlerkandidat.